Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Half-Done. Wir sind an der Spitze der Lekropole angelangt und öffnen die auch einfach mal. Dafür bin ich hier. Oh, und es sind nur zwei, alles klar. Damit sind hier aber, glaube ich, ein paar weniger Kämpfer als im Schwarzfels. Da gab es, glaube ich, oft einmal vier. Aber gut, es ist als erstes... Ist das eine Anspielung auf Frost, dass wir uns warm anziehen sollen? Saphiron, der in Untod gebundene Saphiron bewacht die Spitze der Lekropole bis in alle Ewigkeit. Für null vernichtet alle feindlichen Diener, die nicht eingefroren sind. Hä? Wie, das heißt, er vernichtet einfach jede Runde all unsere Diener? Hä? What the fuck? Wie soll man denn gegen den gewinnen, wenn er einfach jede Runde all unsere Diener vernichten kann? Wenn sie angreifen könnten, wenn sie nicht angreifen könnten, dann bringen sie mir auch nichts. Das macht er einfach jede Runde? Okay. OP-Fragezeichen? Lass die Jagd beginnen. Halt ich mal so. Ah, da war überhaupt eingefroren, wenn wir nach meinem Diener sind die nun gegen Frostarten. Schaut euch nur diesen kleinen Gnome. Ah. Er dachte auch mal. Es wäre eine gute Idee, hier hineinzuschleichen. Das heißt, die beiden Diener, die ich links und rechts neben ihm packe, können nicht vernichtet werden durch den Frostarten. Okay, am liebsten würde ich den jetzt in dieser Runde spielen. Geht aber leider nicht. Das heißt, ich kann nur das machen. Ich muss auf sein Gesicht gehen. Oh, ich dachte, schnell macht die mir jetzt vier Schaden hier. Meine Fresse. Okay. Dann spiele ich... ...die Hunde? Das bringt nichts, dem alle drei leben. Obwohl, ich kriege dann drei Hunde, ne? Bevor der noch stärker wird, sollte ich das, glaube ich, mal machen. Wobei, der darf eigentlich auch nicht noch stärker werden. Versteckt euch nicht immer hinter diesem Eis, doch! So, jetzt müssen wir auf gut Glück. Den links, bitte. Dann machen wir das, falls wir uns angreifen. Und... Lass uns so. Alles klar. Nächste Runde bin ich tot. Die nächste Runde tot. Kämpfe meiner Seite. Ja, ja, ja. Da bringt es mir auch nicht, dass ich auf den kloppe. Kann aufgeben. Gute Kämpfe. Ich ergebe mich. Oh, das ist echt nicht einfach. Wir hätten aber auch scheiß Karten. Auf ein neues. Also, man sollte eher ein Deck mit starken Dienern und dafür aber relativ wenig Dienern spielen. Das ist der Facehunter eigentlich nicht gut für, aber ich habe mir gedacht, dass die Facehunter-Diener eh alle nicht viel aushalten und eh alle relativ schnell verrecken. Kann ich ja trotzdem mit dem spielen. Das bringt mir alles nichts. Warum kriege ich denn immer nur so scheiß Karten? Habe ich echt so wenig gute Karten im Deck? Ja, nichts davon brauche ich. Ich brauche einen Lepra-Gnome oder sowas. Mann. Kann ich nichts machen. Kann ich immer noch nicht viel machen, außer... dass ich einen Gegner auf die Hand zurückgebe, wenn er angreift. Das Spiel muss ich nehmen. Und den 3. Und den 3. Und den 3. Ah, so ne Kackkarte. Man, ich muss sich weghaulen, der stirbt eh, also... Machen wir das, machen wir das und... Wenn er jetzt angegriffen wird, er leiden alle beiden, schon zwei Schaden. Jo. Oh. Leck mich doch. So, so... Nein, den hätt ich Ding spielen, euch Vollidiot! Oh, da hab ich echt nicht drüber nachgedacht. Ja, wow, da hab ich den Morgen ja mal schön geopfert. Voll auch. Kann man nur so doof sein. Das ist praktisch. Soll ich jetzt auf dem Feld, wenn er eigentlich keiner angreift, wenn er eigentlich nicht mehr ausgespielt wird? Also weg damit. Das ist doch die, die teurer wieder auf seine Hand gegeben wurde, ne? Aber wir haben keine einzige Karte mehr. Kein einziges nützliches Ding mehr auf dem Feld. Und jetzt kriegen wir sowas. Wir haben jetzt quasi von Schmahlein Wind geschossen, wenn wir nichts mehr haben. Das läuft nicht gut hier! Okay, das ist natürlich eine Mega-Kombo gewesen, die er da gerade gespielt hat. So. 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 Alles aufs Gesicht hauen. Boah, wie ich den hasse. Vor allem bringt mir die Karte jetzt noch nicht mehr, was wir alle Gegner quasi wie Full-Life sind und das überleben. So. Drei Runden habe ich noch maximal. Vielleicht sogar nur zwei. Ich gehe trotzdem mit allem auf sein Gesicht. Ist mir jetzt scheißegal. Was bringt es mir jetzt, wenn ich ihn jetzt hier einzelne Diener weghau und er jedes Mal neue spielt? Ich muss einfach nur hoffen, dass ich jetzt irgendeine starke Ansturmkarte ziehe. So ein König Knirsch wäre cool, aber das glaube ich gar nicht in dem Deck hier. Der wäre jetzt wirklich ideal, dann würde ich noch gewinnen. Okay. Es fehlt mir einer, ne? Das ist unfassbar. Eins. Mir fehlt ein Schaden. Das ist echt nicht wahr. Einen Schaden. Einen einzigen. Das kann nicht wahr sein. Oh, dann spielen wir halt unter dem anderen Deck. Das ist unfassbar. Ein einziger Schaden hat gefehlt. Reck gegen Saphiron. Lass die Jagd beginnen. Zwei Jänen können sich eigentlich relativ gut gegenseitig buffen. Damit kann man auf Risiko gehen. Sich einfach mal in eine Karte ziehen. Wenn es ein cooles Wildtier ist, dann könnte ich die jetzt spielen. Wenn es keine ist, halt eher nicht und deswegen gehe ich lieber nicht auf Risiko. Also, die Karte bringt uns hier gar nichts, weil wenn ich die neben irgendwer spiele, ist die eh nicht so Runde tot. Die ist hier ziemlich useless. Ach, wenn die Jänen jetzt schon auf dem Feld wären, ne? Oh, das wäre so geil. Gucken wir mal, was hier mal rumkommt. Einmal ein guter Spot. Durch den Spot müssen die die noch vernichten. Das heißt, wenn er diese Runde nicht tot kriegt, dann könnte er mit der Jäne gut was anfangen. Folgt mir ins Grab. Okay, einmal so. Wieso spielt er die nicht links von dem? Jetzt ist der tot! Ich könnte so kotzen. Ich verstehe das manchmal nicht, warum er immer so einen Scheiß macht. Jedes Mal. So, bitte. Da die jetzt eh stirbt, kann ich die noch Damage machen. Warum das denn? Ich habe hundertprozentig den nach links gezogen. Wunderbar. Okay, jetzt gib mir bitte... Ach, die kann ich nicht. Die wird automatisch rechts beschworen. Wie scheiße ist das denn? Dann spiele ich halt dich. Ich greife dir an. Ich bräuchte jetzt eigentlich ganz dringend einen Spot. Habe ich aber nicht. Deshalb kriege ich einen Ansturm. Wenn ich schon das mit dem hier spiele, dann stirbt der auf jeden Fall. Davon kriegt der dann aber noch mehr Angriff. Das war's! Im Grunde genommen muss er den jetzt weghauen, ne? Deswegen kriegt er nicht eine Karte. Praktisch, praktisch. Das heißt, auch da hier rechts wieder frei ist, kann ich jetzt den endlich spielen. Wunderbar. Dann machen wir einmal das. Dann machen wir einmal das. Und greifen die noch mit 6 ins Gesicht. Boah, das ist echt kacke, dass man hier wirklich die ganze Zeit aufpassen muss, dass man nicht mehr zwei Diener aufs Feld kriegt. Okay, den Fritter einten. Grul. Grul wär cool. Grul wäre jetzt auch ein bisschen useless. Setz dich da hin. Ne, das war jetzt scheiße eigentlich. Na geil, der hat das Gesicht. Ich kann halt die ganzen Karten nicht spielen, weil der ist immer sterbend. Ich hab gedacht, der geht eh drauf. Aber ich hätte den Schaden gerne lieber auf ihn gemacht. Aufwand natürlich die Hühne. Bring ruhig viel aufs Feld, das gefällt mir. Mach ich nämlich einmal so. So, jetzt mach ich 6, 10, 12, 14. Weg! Oh, und da gibt's den Echo-Schlamm, den kenn ich auch schon. Das war nicht nett. Außer Arena. Da hatte ich den schon ein-, zweimal mit dabei. Und wir sind am Endpost angelangt. Der Spitze von der Nekropole. Wir kämpfen gegen... Der nächste Kampf wird nicht einfach. Ich habe gehört, dass der Boss allmächtig ist. Und unglaublich gut aussieht. Wir kämpfen gegen Keytusat persönlich. Keytusat, der letzte Kampf. Achtung, Keytusat spielt nicht fair. Für 0 fügt dem feindlichen Helden 2 Schaden zu und früht ihn ein. Okay, der Held kann also nicht angreifen. Wir versuchen es einfach mal nach und vor mit dem Face-Sandler. Was heißt denn, er spielt nicht fair? Beagle Wolf. Keine Ahnung, wer es ist. Rixa gegen Keytusat. Endlich lernen wir uns kennen. Lass die Jagd beginnen. Wie ihr wollt. Der kann es jede Runde ohne irgendwas zu tun... Und der kann es jede Runde 2 Schaden machen ohne irgendwas zu tun? Und die Waffe bringt uns nichts? Weil wir eh jede Runde eingefroren sind, oder nicht? Ich werde das Blut in eure Ladern gefrieren lassen! Okay. Okay. Ich könnte jetzt schnell aufgeben, eigentlich. So, den würde ich gerne weg haben, wenn er jetzt zu stark wird sonst. Wann hast du den... Wann ich dein Ernst? Mr. Bigglesworth, dieses Kitzingert Keytusat. Wann ich den was? Wann ich den was? Greift dir das deswegen nicht an, wenn das Kätzchen umgehört? Ich frage mich, was dieses Viech soll. Was wird hier irgendeinen Grund haben? Ich weiß natürlich nicht, ob es schlauer wäre, es umzubringen, ob das uns was bringt oder nicht. Es steht da einfach nur dieses Kätzchen, wie es Kätzchen hat. Mehr nicht. Das kann ja alles bedeuten. Das kann ich jetzt mal ausreißen. Jetzt ist es mal aus. Was ist da wirklich jetzt passiert? Ich weiß es nicht. War vielleicht eine Art Easter Egg oder so? Vielleicht hat das was damit zu tun mit Er spielt nicht fair. Ja. Wir haben aber jetzt keine Karte mehr verhandelt. Also die zählt nicht, weil die uns nichts bringt. Wow. Toll. Okay, das war quasi auch Cheat. Das war auch Cheat und das ist auch neu. Sobald sein Schild durchbrochen ist, kann er also eigentlich machen, was er will. Sobald sein Schild durchbrochen ist, gibt er eine neue Hilfenfähigkeit. Bestimmt zwei Spottviecher. Das ist klar. Für den Lichtkönig! Lass die Schmerzen sprechen! Das ist da nicht ein Problem. Jetzt habe ich ein dickes Problem. Ich kann auch so machen und so machen und so machen, aber das ist eh ruhig. Okay, versuchen wir es nochmal mit dem anderen Deck. Wie wäre es mit dem hier? So ist gut. Das ist wieder ein Glücksspiel, deswegen werde ich wahrscheinlich wieder erst den rufen. Ich werde das Blut in eurem Ladern gefrieren lassen! Dann komm du mal raus, mein Freund. Okay, dann spiel ich jetzt lieber den. Ach, das ist ja... Oh, habe ich schon wieder vergessen. Die Karte bringt uns nichts. Wenn ich ihr Spott verleihe, greift er sie dann nicht an? Das ist echt eine interessante Frage. Weil er will ja nicht, dass sie vernichtet wird. Das möchte ich jetzt echt mal austesten. Wie? Hä? Der hat doch Spott! Alter, der cheatet so was von... Der springt einfach über den Spott rüber! Und hecke mich am Arsch! Okay, dass die jetzt weniger kosten, ist natürlich ziemlich geil. Ja, das bringt uns trotzdem nicht so viel. Der springt einfach über den Spott rüber, das Arschloch. Okay, dann brauche ich den weg. Dann brauche ich den aus dem Feld. Dann brauche ich den aus dem Feld. Ja, jetzt wird es nämlich interessant. So, ich werde mit dem angreifen, dann die Spiegel. Es wird zu eng hier. Was machst du? Fügt allen anderen Charakteren zwei Schaden zu. Gepaart mit der hier ist das eigentlich ziemlich geil. Dann kann ich ja noch nicht spielen dürfen, ja gar nicht. Dann die. Und weiter geht's. Nein! Nein! Das ist ein Problem. Die verdammten Stehle-Reit. Ja. Und danke sehr. So. 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 Nein! Ich hätte es andersrum machen müssen, ich vollidiot. Okay, dann mache ich halt so. Dann so. Ich vollidiot jetzt andersrum machen müssen, natürlich. Jetzt eine geile Karte ziehen, bitte. Ah, das geht's. Bitte. Ansporn. Ach nein, das ist ja die Wix-Katze. Ah! Weißt du, das ist eine der wichtigsten Karten unter den Sechsen. Die ist einfach mal unschädlich gemacht worden. Was die Schmerzen sprechen. Wir hätten fast gewonnen. Ja, jetzt macht er uns platt. Der kann sechs Schaden drücken. Wie ich ihn hasse. Wie ich ihn hasse. Wie ich ihn hasse. Oh, wir hätten fast geschafft. Oh, das ist zum Gott so. Jetzt kann ich nicht. Ich kann es nochmal mit dem Schamanen probieren. Das nimmt jetzt gerade dieselben Strukturen wie bei Nefarian. Weil das Nefarian, glaube ich, noch ein Tick stärker war. So, den Versuch hier versuchen wir noch komplett. Und wenn das nichts wird, dann nehme ich danach quasi... Offscreen versuche ich es dann noch ein bisschen. Mach es dann wie bei Nefarian, dass ich euch dann reinschneide, wenn ich es geschafft habe. Weil, wie er vom Prinzip her funktioniert, seht ihr ja. Ich brauche euch jetzt ja keine zwölf Parts lang zeigen, wie ich gegen den kämpfe und verliere. Ich werde das Blut in eure Ladern gefrieren lassen. Also, das geht's. Okay, was bin ich hier? Das Heilungsfliege, das will ich nicht praktisch machen. Nein, das ist ein... Vollidiot. Nein, dann gehe ich erst einmal nicht. Okay, dann einmal den hier. Oder? Dann mache ich den und dann den. Ich glaube, das ist sogar noch besser, dass ich es so mache. Ich habe jetzt doch den falschen... Alter, was? Wie unkonzentriert bin ich denn heute? Ich habe schon wieder die falsche Karte gespielt. Ich wollte doch jetzt die spielen und dann den... Ach, leck mich doch fett. Ich bin heute so mega unkonzentriert, das ist unfassbar. Es ist heute, glaube ich, das vierte Mal, dass ich jetzt die falsche Karte gespielt habe oder an der falsche Stelle gespielt habe oder den falschen Diener angegriffen habe. So kann das ja auch nichts werden. Egal, jetzt wird mit der Verstärkung auch nichts, wenn er nicht angreifen kann. Wir müssen jetzt nur noch die Hälfte unseres Lebens und das... Wir haben hier noch keinen Schaden gemacht. Das Match vielleicht erst noch nicht mal angefangen. Ah. So, verstärkt den dann mal. Damit ich zumindest Damage machen kann. Dann bringe ich mal ein bisschen Spott her. Dann bleiben wir den mal an. Jetzt haben wir noch drei bisschen Lichter, das Ganze vergessen. Okay. Wunderbar. Wir werden hier herrufen. Und dann machen wir das hier. Nein, euer Zug ist vorüber. Jetzt bin ich dran. Ich schenke euch die Freiheit, unser Zamen. Für den Lichtkönig. Dann kann ich entweder den und die, den und die, oder den und die spielen. Oder nur den. Vielleicht könnte ich zumindest einen davon schon mal wegballern. Aber dann würde er mir immer noch zu viel Schaden machen. Schuld wird nicht ewig. Wie wäre es mit der? Da habe ich zumindest einen 8er Spott draußen. Das ist, glaube ich, theoretisch gar nicht mal so scheiße. Mach ich auch. Das Problem ist, ich könnte nur einen davon weg. Fuck, damit es mein Todeskutter besiegelt. Obwohl, er hat mir ein Leben geschenkt. Geht's noch? Dann werde ich mir noch eine Runde überleben. Oh, der hat mir quasi Gruel geschenkt. Das ist nett von ihm. Ach, das fehlt mir jetzt ein Mana für. Dann könnte ich den einfach vernichten. So eine Scheiße. Uh, dann mache ich so. Hey, wie geht's? So. Jetzt wird's schwierig. So, den eigentlich wieder grauen. Das war's. So, ich habe dafür aber zwei Karten gekriegt. Ja. Ob das so praktisch war, ich weiß es ja nicht. Nein! Oh, jetzt ist das hier wirklich die perfekte Karte für ihn. Was hat der eigentlich für einen Luck? Was hat der eigentlich für einen Luck, dass der jedes Mal die perfekte Karte zieht? Alter. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe keinen Spott mehr auf der Hand. Wir könnten den und den spielen. Warum ist schon ein Mana weg? Da ist kein Schloss vor. Es ist nicht überladen. Müsste es aber eigentlich. Ich habe den gespielt. Also eigentlich müsste ich überladen sein. Ist wohl ein Bug. Egal, ich könnte die beiden zusammen spielen. Dann haben wir... Wir könnten vier Damage hauen. Ich könnte den spielen. Dann muss er den erstmal wegballern. Ich glaube, ich spiele den. Dann kann ich mir nächste Runde immer noch mit dem Sohn angreifen. Oh, nur für eine Runde? Nur für eine Runde. Puh, ich dachte, das wird jetzt ewig. Alter. Das ist keine Hildenkundigkeit noch kein Zauber. Damit kann ich ihn vernichten. Dann spiele ich den und ich brauche einen Spott. Dann kann er mir nämlich ruhig einen übernehmen. Dann kann er mir nicht direkt angreifen. Oh Gott, wir haben es geschafft, ne? Wir haben es geschafft! Ja! Cool! Du hast es gerissen, Junge! Ja, irgendwann sehen wir uns vielleicht im Heroischen Modus, aber so schnell wird er nicht kommen. Dafür muss ich erst noch viel an Erfahrung lernen, an Erfahrung dazu bekommen und vor allem noch viel an legendären Karten dazu bekommen, um hier den Heroischen Modus machen zu können. Naxxramas Schemen, Verstohlenheit der Held zu Beginn ihres Zuges. Bloß eins. Bloß eins. Damit haben wir es geschafft. Die Spitze in die Kontrolle wird er nicht mehr bekommen. K2-Sat. Du rufst am Ende jedes Zuges alle befreundeten Diener wieder herbei, die in diesem Zug gestorben sind. Das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich krasse Karte, vor allem wenn man die hinter Spots versteckt. Dann kann die monstermäßig schwer werden. Und diesmal mussten wir tatsächlich gar nichts aufs Screen machen. Naxxramas. Bezwungen. Und da sind wir die Katze sogar. Die haben wir sogar mehrfach mitbekommen. Kleines Kötzchen. Sehr schön. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Herausforderung machen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet dann noch wieder ein. Bis dann. Und auf Wiedersehen.